Was ist die Behandlung in Deutschland? Also ich wusste, dass die Behandlung ansteht in Deutschland und mein deutscher Zahnarzt hat mir dann einen Kostenvorenschlag gemacht und der war jenseits von Gut und Böse. Und dann habe ich im Internet geschaut, ob es andere Alternativen gibt. So bin ich auf die Denterprim Zahnklinik hier in Warner gestoßen, habe mich dann ein bisschen informiert, habe Rezessionen gelesen und dann war die Entscheidung relativ schnell gefallen. Ich komme hierher und lass es hier machen. Also der erste Eindruck war überwältigend. Ich kam rein, stand immer da, hat mich sofort mit Namen begrüßt. Sowas kenne ich aus Deutschland gar nicht. Und vor allem diese Aufnahme, diese Herzlichkeit, diese Freundlichkeit, das Entgegenkommen, das ist einfach fernanimal hier in der Denterprim Zahnklinik. Also einmal die Professionalität, auch die Schnelligkeit. Wenn Deutschland in der Zahnarzt was macht, dann muss er es zum Labor schicken, dann ist es ein paar Wochen unterwegs. Hier in der Denterprim Zahnklinik geht es von Flur zu Flur, da kann man gleich was nacharbeiten. Und das ist einfach einmalig, sowas. Sowas kenne ich in Deutschland nicht. Ich kann wieder mehr lachen und vor allem, ich kann wieder einen Schnitzel essen gehen. Hohe Professionalität, sehr gute Arbeit, beste Materialien und beste Betreuung. Ich bin ja immer noch mal bereit. Ich bin ja immer noch مسherig, sowie eine Deutsche Betreuung. Ja, ich bin ja immer noch nicht oberen.